Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. In der letzten Folge haben wir dieses nette Gästezimmer hier gebaut und heute bauen wir noch ein zweites daneben. Hier ist ja die Treppe für die Bediensteten. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Hier kann ich das Zimmer nicht bis hier ganz an die Wand machen. Die muss da durchführen. Aber so können die Bediensteten ja gar nicht vernünftig hier auf die Etage. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Die müssten zum Beispiel dann da unten erst raus und dann hier durchs Haupttreppenhaus nach oben hier auf die Etage und da könnten die dann hier irgendwo in unser Zimmer rein. So, das ist jetzt glaube ich ein bisschen kleiner als das andere. Aber ich habe dafür dann hier die Möglichkeit, hier doch einen Gang für die Bediensteten zu machen. Stimmt, wo packe ich denn jetzt die Dusche hin? Ich weiß, wo ich die Dusche hinpacken kann. Hier. Sehr gut. Komme ich mit dem Platz aus? Ja doch, das sollte passen. Perfekt. So ist okay. 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 Okay, das wird auf jeden Fall ziemlich klar das größte Zimmer. Okay, das wird auf jeden Fall. Ja, ich glaube das ist besser. So, okay. So, okay. Gut, damit haben wir das. Jetzt fehlt noch der Balkon. Das sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ich würde sagen, das ist ein paar Beauty-Shots wert. Und mit diesen Beauty-Shots verabschiede ich mich dann. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann mit der nächsten Etage beginnen. Also lasst ein Abo da. Bis dann. Bis dann. Bis dann.